Hallo meine Lieben, na alles gut bei euch? Ja, seit langer, 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 langer Zeit gibt es heute von mir mal wieder ein Favoritenvideo. Ich bin ja niemand, der jeden Monat ein Favoritenvideo hochlädt aus dem ganz einfachen Grund. Bei mir ändert sich am ersten des Monats nicht plötzlich meine Routine. Also wenn ich etwas mag, dann bleibe ich auch bei dem Produkt und ändere dann nicht am 31. alles und nehme alles aus meiner Dusche und stelle was Neues rein und neuer Lippenstift und nein. Ja, deswegen ist es heute auch ein bisschen mehr, ein bisschen viel mehr. Holt euch was zu trinken, macht euch noch ein paar Pfannkuchen, ich weiß es nicht. Es sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr zu essen und zu trinken habt, denn ich habe Pflege, dekorative Kosmetik und auch ein paar Lifestyle-Produkte. Da ist es aber nicht ganz so viel, da ich am Überlegen bin, eventuell noch ein zweites Favoritenvideo hochzuladen, aber da schauen wir mal. So, ja, ansonsten, äh, zuallererst einmal entschuldige ich mich hier ganz offiziell bei meinen Schätzeleins, dass mein letztes Video ohne Gequassel war und nur 8 Minuten ging. Ja, also, äh, die Entschuldigungskarten sind natürlich rausgegangen und es kommt nie wieder vor. So, da, Spaß. Nein, äh, Schätzeleins, ja, also mein letztes Video, ich hatte euch ein Get Ready With Me abgedreht mit meiner neuen Zueva-Palette und hatte das Ganze mit Musik unterlegt. Es war ein sehr, sehr kurzes Video für meine Verhältnisse und ja, ganz viele haben mein Gequassel und mein Geschnatter vermisst, was mich natürlich auch sehr freut. Aber hin und wieder muss es solche Videos von mir natürlich auch mal geben, ne? Ähm, ich quatsche sehr gerne mit euch, das wisst ihr und mich freut es auch wahnsinnig, wenn ich dann solche Videos hochlade und ihr sagt alle, oh, Mutti und dein Gequassel fehlt uns und deswegen bereitet euch drauf vor. Es gibt ein sehr, sehr langes Video. Das ein oder andere Schätzelein hat mir erzählt, es gibt sehr, sehr gute Blasenpflaster, die ihr nach diesem Video wahrscheinlich auch brauchen werdet, denn eure Ohren, äh, ja, also die werden Blasen haben und, äh, eventuell wird euer Laptop, euer Computer zwischendurch mal abstürzen, weil der sich dann wahrscheinlich auch denkt, boah, labert die alte immer noch, ne? Also, ähm, ja, heute ein langes Video, ihr könnt es euch aufteilen oder ich weiß, die meisten meiner Schätzeleins, die, die sind da hardcore und die ziehen das auch komplett durch. Und, ja, also ich bin jetzt hier heute Morgen mal meine Sammlung durchgegangen und habe wirklich überlegt, was ich in den letzten Monaten, ich weiß gar nicht, wann ich mein letztes Monatsfavoritenvideo hochgeladen habe, äh, was ich in den letzten Monaten wirklich kontinuierlich benutzt habe, wo ich immer wieder zugegriffen habe, was ich sehr, sehr gerne verwende und, ja, das habe ich mir jetzt mal alles rausgeholt. Äh, ich weiß auch, ich habe mit Sicherheit mal wieder das ein oder andere vergessen, aber ich denke mir, das ist jetzt auch erstmal genug. Sollte ich etwas ganz Wichtiges vergessen haben und sollten mir im Nachhinein noch ein paar, äh, Favoriten einfallen, wie gesagt, dann gibt es eben ein Monats- oder aktuelles Favoritenvideo Teil 2, ne? Ja, so, äh, ansonsten, was gibt es? Heute ist Freitag, es ist Karfreitag, also ich kann euch jetzt ganz offiziell frohe Weihnachten, äh, frohe Weihnachten, frohe Ostern wünschen. Frohe Weihnachten ist noch ein bisschen früh, aber, äh, gut, das hätten wir jetzt dann auch erledigt. Nein, natürlich frohe Ostern wünsche ich euch, euch und euren Familien. Ich hoffe, ihr lasst es euch in den nächsten Tagen ein bisschen gut gehen und, ähm, ja, Schatzi hat heute frei, der sitzt unten, der spielt Playstation. Solltet ihr also mal wieder irgendwelche Hintergrundgeräusche hören, ja, ich werde hier nicht erschossen vor laufender Kamera. Nee, Schatzi spielt Playstation. Gut, so, das haben wir auch abgehakt. Äh, ja, das läuft ja hier heute wie beim Moped, ne? Also, fangen wir mal an. Ich weiß gar nicht wo. Fangen wir mal an mit meinen Nägeln. Also, äh, ich hatte euch mal erzählt, dass ich nie glaube, dass ihr mich mit meinen, äh, mit meinen echten Haaren sehen werdet. Zack, abgeschlossen. Das habt ihr gesehen. Ich habe euch, glaube ich, mal erzählt, dass ihr mich nie ohne Augenbrauen sehen werdet. Zack, abgehakt. Auch das habt ihr von mir gesehen. Etwas, wo ich wirklich niemals mit gerechnet hätte, war, dass ihr mich mit meinen eigenen Fingernägeln sehen werdet. Also, ohne, äh, Gel, ohne Tipps, ohne irgendwas. Aber, da Schatzi vor ein paar Tagen gemeint hat, er müsste mich hier einer Herausforderung stellen. Und, äh, wer mich kennt, der weiß, da bin ich doch gleich dabei. Wer meine Videos schaut, der weiß, ich liebe meine lange Nägel. Äh, die Nuttennägel, wie mein Mann immer so schön sagt. Und vor ein paar Tagen saßen mein Mann und ich auf der Couch, mir ist ein Fingernagel abgebrochen, ich wollte gerade hoch, wollte ihn reparieren. Und dann schießt mein Mann, ja, also, ohne meine Nägel würde ich es keine drei Tage aushalten. So, Challenge war eröffnet, Schatzel 1, ich natürlich gleich mal hoch, mir meine künstlichen Fingernägel abgerissen. Äh, weil sowas kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, ganz klar. Also, hätte er jetzt gesagt, ohne Augenbrauen, das wäre eine andere Story, da hätte er wahrscheinlich recht gehabt und ich hätte es gar nicht drauf ankommen lassen. Um was es bei dieser Challenge geht, das seht ihr dann in ein paar Tagen, äh, weil ich weiß, ich habe die Challenge gewonnen. Und, ähm, ja, ich bekomme da auch was für, ne. Ich hätte so oder so gekriegt, ja, nur mal das so nebenbei. Aber, ja, ich fand die Herausforderung ganz nett. War auch sehr lustig. Wie gesagt, ich hatte ein Bild auf Instagram gepostet. Und so sehen also meine Naturnägel momentan aus. Bis heute Abend. Ja, heute Abend kommt da wieder was drauf geklatscht. Und kommt da was drauf geklatscht? Wird da was drauf geklatscht? Weil, ich fühle mich ohne meine Fingernägel einfach nackig. Ich laufe hier rum wie ein Invalide. Ich, äh, greife an Tür, Türöffnern. Nennt man das Türöffner? Henkel? Ich greife vorbei. An meiner Tasse greife ich vorbei. Weil, wer meine letzten Videos gesehen hat, der hat gesehen, dass ich wirklich die letzten Wochen meine extreme Nutennägel hatte. Ja, also diese 18-Zentimeter-Nägel und, äh, ja, von 18-Zentimeter-Nägel hier auf diese Stumpen. Das ist eine riesen Umgewöhnung. So. Und, äh, ich mach drei Kreuze, wenn ich meine Nägel wieder drauf hab. Aber, um jetzt mal mit dem Video anzufangen. Ich glaub, wir sind auch schon 43 Minuten dabei oder so. Äh, und Mutti hat noch nichts gezeigt. Also, es handelt sich, äh, um diesen Lack, den ich momentan drauf habe, den ich wunderwunderschön finde. Den ich in den letzten Wochen und Monaten auch mehrere Male lackiert hatte. Und zwar ist das von, äh, Catrice, dieser Crushed Crystals-Nagellack in der Farbe 06 Call Me Princess. Und ich finde, das ist so ein wunderwunderschöner Frühlings-Sommerton, der, ja, Rosé-Gold, äh, glitzert. Ich habe mir da auch noch einen Glanzlack drauf gemacht. Denn normalerweise ist der ein bisschen matt. Also, hat einfach diesen, diesen Sugar-Effekt. Und ich finde diesen Lack so wunderschön aufgetragen. Das Ablackieren ist dann nochmal ein Fall für sich. Ja, also, da würde ich hier am liebsten jedes Mal aus dem Fenster springen und hier diesen Lack gegen die Wand knallen. Weil es Ewigkeiten dauert, um die Nägel wieder abzulackieren. Aber, wenn der mal aufgetragen ist, der sieht so, so, so schön aus. Gerade bei gebräunter Haut. Und, ähm, ja. Also, das ist absolut ein Schätzchen von mir. Vielleicht könnt ihr es auch erkennen. Also, ich habe ihn schon bis hierher aufgebraucht. So. Ja, also, der ist bei mir wirklich gut in Verwendung. Also, das ist mal mein erster. Dann ein zweiter Nagellack von mir, den ich auch wahnsinnig liebe. Ein wunderschöner Frühlings-Sommerton ist von Kiko. Ein ganz, ganz tolles Aprikot. In der Farbe 358. Den habe ich euch mal lackiert mit zwei Schichten. Das ist dieser Lack. Der kommt jetzt bei euch sehr gedeckt rüber. Also, im richtigen Leben, der knallt richtig. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Aprikot, fast schon Neon-Ton. Also, ganz, ganz toll. Hatte ich, äh, vor ein paar Wochen auf den Fußnägeln. Dann hatte ich ihn auf meinen Fingernägeln. Habt ihr auch in den letzten Videos gesehen. Habt mir dann noch einen schönen Gold, äh, Crackling-Topcoat drüber. Finde ich wunderschön für die Frühlings-Sommerzeit. Und dann ein weiteres Schätzchen von mir aus dieser Essence Color & Go-Reihe. Das ist der Nagellack in der Farbe 106 Freehugs. Ist ein ganz, ganz tolles Baby-Rosa, was ich momentan auf meinen Fußnägeln habe. Ähm, ich weiß nicht, ob die Kameras rüberbringt, aber ich bin im richtigen Leben sehr, sehr, sehr dunkel momentan. Und, ähm, ja, also auch das ist ein Lack beigebräunter Haut. Der sieht so schön aus. Das ist ein, wie gesagt, ein Barbie-Rosa. Und auch hier habe ich den euch geswatcht auf meinem Nagelrad. Sind beides zwei Schichten. Und, äh, ja, mit zwei Schichten super deckend und nicht streifig trocknen alle drei sehr, sehr, sehr schnell. Und das sind auf jeden Fall meine drei liebsten Nagellacke. Drei, hm, genau, wer zählen kann, Sandra. Äh, meine drei liebsten Nagellacke in der letzten Zeit. Ich habe einige, viel, ich, da muss ich auch dazu sagen, Schätzeleins. Also, ich habe ja sehr, sehr viele Produkte zugeschickt bekommen, äh, nicht zugeschickt, mitgebracht bekommen von meiner Jana Maus. Ich habe ein Paket bekommen von der lieben Mamaku, von meiner Steffi Maus, ja. Äh, ich habe hier auch noch Pakete liegen. Aber, äh, und natürlich sind da auch wunderschöne Produkte dabei. Aber, äh, ich habe sie nicht so oft oder so lange verwendet, dass ich die jetzt zu meinen letzten Monatsfavoriten dazuzählen werde. Deswegen werdet ihr diese Produkte bei mir auch gar nicht sehen. In meinem nächsten, äh, Favoritenvideo in ein paar Monaten da mit Sicherheit. Aber, äh, ich brauche hier ja niemanden verarschen und, ne, hier eine Palette in die Kamera halten. Habe sie vielleicht zweimal verwendet, finde sie jetzt momentan wunderschön. Und habe sie aber erst seit zwei Wochen, ne. Also, das bringt ja auch niemandem was. Ich zeige euch heute wirklich Produkte, die ich sehr, sehr oft verwendet habe. So, dann geht es weiter mit, äh, ja, Foundation. Also, Foundation muss ich ganz ehrlich sagen, trage ich momentan gar nicht. Äh, auch heute habe ich keine Foundation drauf. Ich habe Puder verwendet und dann konturiert und dann ganz dezent, ja, ganz dezent Schimmer. Ja, also man könnte meinen, ich bin, äh, in eine Glitzerkugel gefallen. Aber ich liebe diesen Look momentan. Und, ha, wenn ich aber Foundation verwendet habe, dann natürlich ganz klar von Wet n Wild, meine Coverall Foundation. Äh, die Cream Foundation in der Farbe 820 Medium Tan. Ich liebe sie immer noch, habe sie in den letzten Monaten sehr, sehr häufig verwendet. Ähm, es ist wirklich eine tolle Foundation, die sehr zu vergleichen ist mit der, äh, MAC Studio Fix Fluid Foundation. Dieser hier. Der Unterschied zwischen denen zwei ist einfach, dass dieses Produkt, äh, Produkt 3 Dollar kostet und dieses Produkt, äh, ich meine 27 Dollar plus 9 Dollar Punktspender. Ja, also braucht da nicht meinen, dass wenn man sich eine High-End, äh, Foundation kauft, dass da der Punktspender mit dazu kommt. Nee, muss man sich dann noch selber kaufen. Ja, aber ich finde diese Foundation wirklich ganz, ganz, ganz toll. Momentan ist sie mir auch, glaube ich, ein bisschen zu hell. Ganz dezent. Aber sie hält mich wirklich sehr, sehr lange matt und ich liebe das, ähm, das Hautbild, das diese Foundation bei mir zaubert. Finde ich wirklich super. Und dann ein nächstes Produkt, was ich auch sehr, sehr gerne verwende, ist von Maybelline Superstay Makeup 24 Hours. Das ist dieses schöne Stückchen. Ähm, verwende ich wirklich auch sehr, sehr gerne, da es ein wunderschönes Hautbild bei mir macht. Es setzt sich nicht in die Fältchen ab. Ähm, es bleibt da, wo es bleiben soll. Ich habe die Farbe Pure Beige. Auch diese Farbe ist momentan ein bisschen zu hell für mich. Aber ich werde mir diese Foundation auch mit Sicherheit irgendwann nachkaufen. Denn es ist nicht mehr viel drin. Hier an der Seite könnt ihr erkennen, also das ist noch übrig. Mehr nicht. Und diese Foundation hat auch eine sehr hohe Deckkraft. Man muss aber dazu sagen, dass man nicht merkt, dass man ein Produkt auf der Haut hat. Also auch hier bei Wet n Wild. Also ich mag da wirklich das Hautgefühl, weil es ist, es verbindet sich mit der Haut. Es schmilzt fast so ein bisschen mit der Haut. Und, ähm, also auch hier ganz, ganz tolles Produkt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten, das, äh, ne, Übergang, eins plus mit Sternchen. Ein Tool. Und zwar von Ebelin, mein Make-up-Ei. Ich liebe dieses Make-up-Ei gerade mit diesen zwei Foundations. Also, wenn man ein Make-up-Ei verwendet, man hat wirklich, zuallererst mal liebe ich den Auftrag. Man macht dieses Ei ja vorher nass, dadurch wird es dann größer. Äh, es ist dann wirklich sehr kühl. Und, äh, wenn man sich dann die Foundation aufträgt, ich mag einfach das Hautgefühl. Man kann damit ganz, ganz toll Concealer einarbeiten. Einfach durch die Spitze hier vorne. Man kann super hier an der unteren Augenpartie kann man arbeiten. Ähm, man bekommt dadurch so einen leichten Airbrush-Effekt auf der Haut. Also, es sieht wirklich sehr natürlich aus. Es sieht nicht zugekleistert aus, ja, als ob man hier dicke Zementmasse drauf hat. Ganz, ganz tolles Produkt. Ähm, und mir ist auch aufgefallen, dass ich ein, zwei Foundations hatte. Mit denen bin ich überhaupt nicht klargekommen, wenn ich die mit den Fingern aufgetragen habe. Oder mit einem Pinsel. Wenn ich dann aber das Make-up-Eye verwendet habe, hat mir plötzlich der, äh, das Hautbild gefallen. Und war plötzlich zufrieden mit der Foundation. Also, ganz komisch. Also, versucht es auf alle Fälle mal aus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Foundation zu Hause habt, wo ihr sagt, boah, nee, das ist überhaupt nicht meins. Der Auftrag gefällt mir nicht. Das Hautbild gefällt mir nicht. Dieses Ei kostet, glaube ich, um die drei Euro. Ist wirklich kein Preis. Und, ähm, vielleicht gefällt euch hinterher dann doch das Hautbild. Mit einer Foundation, ähm, bei der es euch vorher nicht gefallen hat. Also, auch hier ganz große Kaufempfehlung. Ebelin Make-up-Eye. Gut. Dann kommen wir zu einer Handcreme, die ich megamäßig liebe. Also, und zwar von Florena. Diese Handcreme. Intensive Soforthilfe. Handkonzentrat. Mit Shea-Butter und Arganöl. Für circa 200 Anwendungen. Sehr trockene Haut. Also, diese Handcreme steht bei mir im Badezimmer. Damit creme ich mir jeden Morgen die Hände ein. Ähm, es ist eine sehr, sehr ergiebige Handcreme. Man braucht nicht viel. Kann ich euch gerne zeigen. Also, dieses kleine Püppelchen hier, ja, das reicht, um euch die kompletten Hände einzucremen. Dieser Duft, Leute, ist der absolute Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob es von Florena dazu eine Bodylotion gibt. Wenn ja, hängt da auf alle Fälle mal euren Riechkolben dran. Also, das ist der Wahnsinn, wie toll diese Creme duftet. Und von der Pflege, also, sie zieht wirklich schnell ein. Ihr habt ganz, ganz, ja, so samtige Hände. Ähm, sie braucht ein bisschen länger, bis sie einzieht. Das muss ich dazu sagen. Und normalerweise mag ich auch nicht so dieses, ähm, ja, wenn man dann Fingertapser hinterlässt. Da bin ich ja sehr allergisch, ja. Ja, da bekomme ich ja Polypen wie Bockwürste. Aber diese Creme, die ist so toll. Und dieser Duft, oh. Ja, also, wenn es da irgendwie eine Bodylotion gibt oder wenn es da mal ein Parfüm von geben sollte. Also, das ist wirklich der Wahnsinn. Ganz, ganz tolle Handcreme für wirklich trockene Hände. Und auch eine Kaufempfehlung von mir. Schaut euch die mal an, wenn ihr noch eine günstige Handcreme sucht. Florena finde ich generell eine sehr, sehr gute Marke. Habe auch noch ein paar andere Cremes von Florena da. Da mag ich auch die, die, die Düfte. Aber dieser Argan, Shea Butter, Shea Butter und Argan Ölduft, äh, der, der schnappt alles. Der schnappt wirklich alles ab. Ganz, ganz, ganz toll. So, dann kommen wir zu einem Produkt, äh, brauche ich momentan sehr häufig. Es ist sehr warm bei uns wieder. Ich habe eins im Kühlschrank stehen. Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, schmeiße ich es schnell in meine Handtasche. Es handelt sich von Balea und dieses Aqua Spray. Verwende ich wirklich sehr, sehr gerne, wenn wir unterwegs sind. Einfach mal eine kurze Abkühlung zwischendurch, ja, ins Gesicht, aufs Dekolleté, auf die Arme. Äh, ich hatte mich vor ein paar Tagen, hatte ich mich wirklich ganz dezent verbrannt. Also, ich habe ausgesehen wie der Hummer persönlich. Und ja, meine Haut war einfach nur heiß. Mir war heiß. Und da habe ich dann auch dieses Teilchen sehr gerne, äh, neben der Couch stehen gehabt. Und habe mich dann da immer mal so ein bisschen eingenebelt. Natürlich ist es kein langanhaltender Effekt, ja, da brauche ich euch nichts vormachen. Aber für einen kurzen Moment, man hat wirklich eine, eine Frische im Gesicht, eine Frische auf der Haut. Ich verwende es auch sehr, sehr gerne, wenn ich mein Make-up aufgetragen habe, wenn ich abgepudert bin. Wenn ich das Gefühl habe, oh, heute sehe ich aber ein bisschen cakey aus. Dann einfach hier mit diesem Spray hinterher. Das sorgt dann dafür, dass sich das Puder nochmal mit der Foundation verbindet. Und es dann doch, ja, einfach nicht so abgepudert aussieht. Ne, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr seid ja alle Profis. Äh, ich habe mitbekommen, dass, äh, dass es dieses Aqua Spray jetzt wieder bei DM zu, zu kaufen gibt. Das scheint anscheinend eine Frühling-Sommer-Edition zu sein. Ich weiß es nicht. Denn im Herbst, Winter haben mir viele geschrieben, dass sie nach dem Aqua Spray gesucht haben und es nicht gefunden haben. Und ich habe jetzt aber bei einer YouTuberin, äh, einen Haul gesehen und die hat sich das gerade gekauft. Also guckt da auf alle Fälle mal. Ist wirklich ein tolles Produkt. So, dann geht es weiter. Äh, eine weitere Handcreme. Ja, ich habe das hier nicht sortiert, Schätzeleins. Ja, also verzeiht bitte die Unordnung und das Chaos, aber das seid eher von mir gewohnt. Von daher alles gut. Äh, eine weitere Handcreme, die ich liebe, liebe und sie jetzt extra aus meiner Handtasche raus habe. Aber, meine Handtasche steht hier, weil die kommt da nämlich gleich wieder rein. Ich möchte nicht mehr ohne sie sein. Es handelt sich von Sien, Tien, Kien, keine Ahnung, um diese Handcreme mit Milch und Lavendel. Ich finde diese Handcreme so, so, so toll. Also, man muss natürlich auf Lavendel stehen, weil der Lavendelduft, der ist wirklich, ja, er kommt raus. Er kommt wirklich raus. Und, ähm, ich muss sagen, dass ich die Pflege von dieser Handcreme auch wirklich sehr, sehr gut finde. Sie zieht sofort ein. Och, und dieser Duft. Also, auch hier, äh, meine Leute, die wissen es. Alles, was mit Vanille, Kokos, Lavendel zu tun hat, da bin ich ja ganz vorne mit dabei. Da ist man bei mir immer an der richtigen Adresse. Es steht auch drauf, sinnlicher Duft. Meine Lana-Maus hat mir ein Backup mitgebracht, worüber ich mich sehr freue. Äh, ich denke, ich werde noch eine Weile brauchen, um diese Handcreme aufzubrauchen. Denn, wie gesagt, sie ist sehr ergiebig. Man braucht nicht viel. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es so eine tolle Handcreme gibt. Bei Lidl. 30 Milliliter für unter einen Euro. Ja, also auch das ist eine Kaufempfehlung, wenn ihr auf Lavendel steht. Ich weiß gar nicht, ob es da mehrere Geruchs, äh, Geruchsrichtungen gibt. Aber die finde ich auf jeden Fall mega. So. Dann ein weiteres Pflegeprodukt, auf was ich momentan auch nicht verzichten kann. Kommt auch wieder sofort in meine Handtasche. Es handelt sich von Kaufmanns, um diese Haut- und Kindercreme, aber in der Tube. Ihr wisst es, ich liebe Kaufmanns Haut- und Kindercreme. Es riecht für mich nach, ja, Zitronenkuchen, Käsekuchen. Ganz, ganz toller Duft. Äh, hier finde ich auch die Anwendung sehr, sehr schön, ja. Weil es hier mit so einem Pinöppelchen kommt. Das kann man sich dann auf die Lippen auftragen. Kaufmanns Haut- und Kindercreme ist wirklich sehr, sehr pflegend. Ich bin jemand, ich habe jetzt nicht extrem trockene Lippen, aber jetzt auch hier durch die, durch die, durch die riesen Sonneneinstrahlung, die wir momentan haben, merke ich dann doch meine Lippen spannen. Ja, und meine Lippen habe ich mir auch verbrannt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hilft diese Creme von Kaufmanns wirklich sehr, sehr gut. Äh, ich habe natürlich auch die im Döschen. Die im Döschen, die verwende ich auch sehr gerne. Ich habe mich ja auch tätowieren lassen, wie ihr wisst. Und, äh, habe mir da immer ganz kräftig die Kaufmanns Haut- und Kindercreme draufgeknallt. Äh, was für einen wunden Babypopo gut ist, ja, kann für uns nicht schlecht sein. Und ich bin immer wieder begeistert. Aber gerade dieses Tübchen hier finde ich wirklich super für unterwegs, in die Handtasche rein. Ähm, wenn man dreckige Hände hat, dann muss man nicht in das Pötchen und sich dann die Bakterien auf die Schnuffel schmieren. Und, also, ich weiß, dass es diese, ähm, diese Kaufmannscreme in Tübchenform anscheinend in der Apotheke gibt. Also, bei DM und so, da soll es das nicht geben, habe ich gehört. Äh, verbessert mich, huch, verbessert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich meine, dass es dieses Tübchen in der Apotheke gibt. Und für alle, die die trockene Lippen haben oder für alle die, die sowieso die Kaufmannshaut- und Kindercreme mögen, schaut euch mal das Tübchen an, äh, ja, Kaufempfehlung. So, dann, womit machen wir weiter? Ähm, machen wir mal mit zwei Bodylotions von mir weiter, die ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne verwende. Und zwar von Vaseline Spray & Go, dieser Moisturizer. Ist ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt, da diese Creme super schnell einzieht. Also, es gibt mehrere Sorten von dieser Vaseline. Es gibt sie einmal in gelb, es gibt sie einmal in braun. In braun habe ich sie auch. Da riecht sie sehr, sehr lecker nach, äh, Cocoa Butter. Und diese grüne Variante ist mit Aloe Vera. So, ich hatte euch gerade eben erzählt, dass ich mich ein paar Mal verbrannt habe oder, ja, dass ich einfach rot bin. Das geht hier so schnell durch diese, durch diese Sonneneinwirkung. Also, die, die Sonne ist hier so stark, das kriegt man manchmal gar nicht mit. Und, äh, dann gehe ich abends natürlich sehr gerne duschen und sprehe mich hinterher mit dieser Creme ein. Und der Knaller ist, dass man, ja, also man sprüht sich das auf, ja. Zack, zack, zack. Eingesprüht, eingerieben. Riecht super frisch, es riecht wirklich sehr, sehr, ein bisschen pudrig. Man riecht die Aloe Vera raus und, ja, dann gräbt man sich ein und zack, das war's. Also, man hat kein klebriges, man hat kein babbiges Gefühl. Äh, ich hab's mir hier jetzt schön auf den Tisch gesprüht. So macht man's natürlich nicht. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Creme. Ich weiß, dass es diese Creme in Holland zu kaufen gibt. Denn meine liebe Debbie Maus, die liebe Belle Allure, die kauft sich diese Creme auch immer. Und ich meine auch Andrea, meine Maus von Instagram, ähm, die hat sich diese Creme auch gekauft. Und jeder ist damit zufrieden und ist begeistert. Also, was ich bis jetzt mitbekommen hab. Ich finde diese Creme, also die grüne jetzt generell, finde ich momentan sehr gut, da es ja auch ein bisschen kühlt. Und durch das Aloe Vera pflegt es dann natürlich auch sehr gut. Und gerade bei, ja, zu gestresster Haut, ja, durch die Sonne, gerötete Haut. Es pflegt wirklich sehr gut und es hilft auch sehr gut. Also, das ist von mir auch ein ganz, ganz großer Tipp. Mein Mann benutzt die auch sehr gerne. Bei ihm muss es morgens schnell gehen. Wenn er duscht, ja, dann cremt er sich ein. Weil er muss sich eincremen. Er hat einfach eine sehr, sehr trockene Haut. Und er hat momentan diese Männervariante. Also, es gibt da auch noch eine Männervariante. Die riecht auch sehr lecker. Die riecht natürlich dann ein bisschen herber, ja. Und, ähm, aber er findet das auch super. Zack, eingesprüht und eingerieben. Und man kann sich anziehen. Und, äh, die Hose bleibt nicht, äh, unterm Hintern hängen, weil man sie nicht hochziehen kann. Weil noch alles klebt und bap. Also, wenn ihr da irgendwie an diese Creme rankommt, schaut die euch auf alle Fälle mal an. So, jetzt mache ich mal einen kleinen Kaffee, Pause, Kaffeeschluckpause. Sonst dehydriere ich hier noch vor der Kamera. Kann ja nicht sein, dass ich euch, äh, vorhin gesagt habe, holt euch was zu essen und was zu trinken und dann macht eine Mutti schlapp. Ne? So. Also, dann geht's weiter. Die nächste Bodylotion, die ich wahnsinnig toll finde vom Geruch her. Äh, die Pflege ist jetzt nicht ganz so. Also, für sehr trockene Haut würde ich sie nicht empfehlen. Für den Herbst und den Winter, hoppala, wahrscheinlich auch nicht. Aber, wie gesagt, durch das, dass es ja bei uns immer sehr warm ist und ich jetzt keine extrem trockene Haut habe und es mir auch hier um den Duft geht. Äh, Aldo Vandini Pure. Super Hydro Body Fluid mit Baumwolle und weiße Magnolie. Also, das ist dieses schöne Stückchen. Hatte ich damals von meiner Marion-Maus zugeschickt bekommen. Ich finde, diese Creme ist der Wahnsinn. Also, für alle die, die auf saubere Düfte stehen, ja. Düfte wie frisch gewaschene Wäsche und pudrig und also, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Duft. Und ich verwende diese Creme wirklich sehr gerne. Aber, wie gesagt, ich muss dazu sagen, für mich wäre es jetzt keine Creme, wenn ich jemand wäre mit sehr trockener Haut oder eben auch für den Herbst und den Winter, ja. Jetzt für den Sommer oder für den Frühling, wenn man einfach nur ein bisschen Pflege möchte, dann ist es definitiv eine sehr, sehr gute Creme. Und für alle die, die jetzt auf Pflege nicht so Wert legen, bei denen es einfach um den Geruch geht, also dann ist auch diese Creme definitiv eine Kaufempfehlung für euch, weil der Duft ist wirklich der Wahnsinn. Ganz, ganz frischer Duft, ganz sauberer Duft und, ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Aldo Vandini, wo es das jetzt gibt, weiß ich leider nicht. Ich habe gehört, es gibt es bei Müller. Also, ne, ihr wisst ja, Mutti ist da nicht mehr auf dem laufenden Stand, wo es bestimmte Produkte gibt. So, dann kommen wir zu einem Helferlein, was ich auch sehr, sehr gut finde. Und zwar von Ebelin handelt es sich um den Pinselreiniger. Also, ich bin ja generell jemand, ich gehöre leider nicht zu den disziplinierten Frauen, die jeden Tag ihre Pinsel waschen. Also, so richtig mit Seife und trocknen und, ne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich diesen Pinselreiniger zu Hause habe, meine Lidschattenpinsel werden wirklich jeden Tag von mir sauber gemacht. Ja, also, es ist sehr ergiebig, man braucht davon nicht viel. Ich nehme mir dann immer ein Kosmetiktuch und sprühe ein, zwei Sprüher drauf und dann einfach hier, ne, mit dem Pinsel und dem Kosmetiktuch, zack, 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 zack. Und dann ist der Pinsel wieder einsatzbereit für den nächsten Tag. Also, den habe ich jetzt auch heute Morgen verwendet. Und wie ihr seht, er ist sauber, er ist auch schon wieder trocken. Ähm, durch diesen Pinselreiniger, meine Pinsel verlieren keine Haare, sie werden dadurch nicht hart oder, äh, ne. Also, es ist wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Produkt, muss ich sagen. Es, es setzt jetzt aber natürlich nicht die richtige Pinselreinigung. Also, man sollte hin und wieder doch mal wieder mit Wasser und mit Seife arbeiten, da einfach der komplette Dreck mit diesem Produkt nicht rausgeholt wird. Ja, es ist nur so immer kurzfristig, dass man sich mal drei, vier Tage, äh, die Lidschattenpinsel sauber macht, dass man am nächsten Tag wieder damit arbeiten kann. Aber, vergesst bitte nicht, eure Pinsel immer wieder mal sauber zu machen, denn saubere Pinsel sind doch sehr wichtig und, äh, gerade bei unreiner Haut. Aber, Ebeling Pinselreiniger, sehr gutes Produkt. So, dann geht es weiter mit einem Gesichtspflegeprodukt von mir und zwar von Saund Ease. Also, ich hatte euch von Saund Ease schon mal mein, äh, Aprico Scrub, mein Peeling gezeigt und, äh, jetzt gibt es von Saund Ease das Black Hair Clearing Green Tea Scrub. Also, ihr könnt auch sehen, das steht hier oben, neu. Und wie ich dieses Produkt im Laden gesehen habe, ne, da sind bei mir die Synapsen durchgeknallt. Oh, schön, jetzt läuft ja auch noch das Wasser raus. Ach, läuft ja wieder hier, wortwörtlich. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall das Produkt im Laden gesehen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Green Tea. Ich mag, äh, grünen Tee zum Trinken. Und ich habe jetzt eben auch schon mitbekommen, dass grüner Tee in der Kosmetik sehr groß verbreitet ist. Und wie ich dann auch noch gesehen habe, Black Hair Clearing, also Mitesser. Ja, ich muss sagen, ich gehöre zu den glücklichen Frauen, die jetzt nicht ganz so viele Mitesser haben. Aber selbst die drei, vier sind natürlich nicht schön und natürlich möchte man etwas dagegen tun. Und ich habe es mir gekauft. Und im Gegensatz zu dem Aprico Scrub Peeling, was ich euch schon gezeigt habe, ähm, ist dieses Peeling ein sehr, sehr, sehr feines Peeling. Bei euch in der Kamera sieht es jetzt leicht gelblich aus. Hier bei mir, es ist grün. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Ihr könnt erkennen, es sind keine groben Peeling Partikel gegeben. Ja, also es ist wirklich ein sehr feines Peeling, aber man merkt die Wirkung. Das ist wie so ein, wie so ein Mikro Peeling. Und es ist ein fantastischer Duft. Also es riecht so, so, so toll. Wirklich nach grünem Tee und gesund und sauber. Und ich mag dieses Peeling sehr, sehr gerne. Also ich bin jemand, ich peele auch meine Haut sehr gerne, egal ob es Gesicht oder Körper. Und, äh, macht es also doch schon ein, zweimal die Woche. Und jetzt, da ich ja dieses habe und noch mein anderes, wechsle ich immer ab. Also ich verwende einmal in der Woche das Apricot Scrub Peeling, da das ein sehr, sehr grobes Peeling ist. Ich auch das Gefühl habe, dass es die Poren so ein bisschen öffnet und man dann hinterher mit Gesichtswasser so den letzten Dreck noch rausholt. Und dieses Peeling verwende ich sehr, sehr gerne, einfach um meine Haut zu verfeinern, ja, um die Poren zu verkleinern und mit Esser wegzubekommen. Und wenn man Hautschüppchen hat, dass die davon einfach abgenommen werden. Und, also es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Produkt. Ich habe es jetzt auch schon bis zur Hälfte aufgebraucht. Kostet bei uns, glaube ich, 3, 4 Dollar und kommt mit 170 Gramm. Also es ist natürlich eine große Puddel, was Gesichtspeeling angeht. Es steht auch drauf, genau, clears blackheads and calms redness. Also es ist gegen Mitesser und Rötungen. Und ich bin ja jemand, ich habe von Natur aus Rötungen im Gesicht. Und ich muss sagen, dass ich es wirklich, wirklich gut finde und ich meine Haut momentan auch sehr, sehr schön finde. Ja, also, dreimal auf Holz geklopft. Weil mir ist jetzt nämlich schon ein paar Mal aufgefallen, immer wenn ich euch erzähle, meine Haut ist gerade schön, kriege ich im nächsten Tag Besucher von Brunos und Emils und habe das komplette Gesicht voller Pickel. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal nicht passiert. Aber, ja. So, dann ein weiteres Gesichtsprodukt. Wie gesagt, also wenn ich dann, ähm, ich verwende es eigentlich täglich. Aber am liebsten verwende ich, wenn ich hier von Saint Ease das Apricot Scrub Peeling verwende. Das grobe Peeling. Und geht dann sehr gerne mit meinem Gesichtswasser von Sea Breeze hinterher. Es ist ein sehr, sehr starkes Gesichtswasser. Es ist mit Alkohol versetzt. Es riecht auch sehr, sehr stark. Aber mich erinnert es an Meer. An Meer, an Wasser. Obwohl man den Alkohol wirklich rausriecht. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin jemand, ich mag das Extreme, ja. Also, bei mir, es muss brennen auf der Haut, dass ich für mich einfach das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt einen Effekt. Ähm, das ist natürlich jedem das Seine. Der eine oder andere wird jetzt auch sagen, ja, Sandra, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Ich kann euch nur sagen, dass meine Haut momentan sehr schön ist. Also, irgendetwas scheint es ja für mich zu tun. Und, äh, es scheint für mich auch etwas im positiven Sinne zu tun. Von daher werde ich es auch weiterhin verwenden. Es sieht auf jeden Fall so aus. Äh, es steht drauf für Sensitive Skin. Und, äh, kommt mit. 295 Milliliter kostet 4 Dollar. Ist auch schon meine zweite Puddel. Meine erste Puddel, die habt ihr im Aufgebraucht-Video gesehen. Ich finde es sehr gut. Es gibt davon auch noch eine orangefarbene Flasche. Die wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Aber momentan bin ich mit diesem Produkt so zufrieden, dass ich es mir wieder nachkaufen werde. Es gehört zu meiner Abendroutine dazu. Wenn ich mein Make-up abgenommen habe, mit Waschgel mein, mein restliches Make-up abgenommen habe. Und dann definitiv hier mein Gesichtswasser. Weil man dann einfach ein sehr geklärtes und sehr sauberes Gefühl auf der Haut hat. So. Dann kommen wir zu zwei Duschgelen. Ein Duschgel zeige ich euch, weil es steht jetzt einfach mal für die komplette Reihe. Und zwar von Rituals. Diese, ähm, Duschschäume. Äh, Schaums, Duschschäume, Duschschaums. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hier hat mir meine liebe, äh, Jana-Maus, Rituals Tai Chi, White Lotus in Green Tea. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Grüner Tee. Hat sie mir hier mitgebracht. Ich habe dieses Produkt auch noch nicht verwendet. Aber mir geht es um die Rituals-Produkte an sich. Also ich hatte jetzt eine kleine Flasche. Die hatte ich damals von meiner Martina-Maus zugeschickt bekommen. Fand ich super lecker. Den Duft habe ich jetzt gerade aufgebraucht. Dann habe ich von meiner Monika-Maus eine große Flasche mit, äh, zugeschickt bekommen. Das war die Weiße. Auch hier, der Duft ist fantastisch. Ich liebe das Hautgefühl, wenn man sich damit einschäumt, ja. Und es fühlt sich alles so weich an. Und, äh, es ist wirklich ein absolutes Duscherlebnis. Ich muss auch dazu sagen, dass ich wirklich sehr, 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 sehr sparsam bin mit diesen Rituals, äh, Teilen. Äh, das geht bei mir auch wirklich nur hier bis zur Hüfte, ja. Und runter wird bei mir damit nicht eingeschäumt. Also meine Arme und, äh, hier, ne, Dekolleté und Bauch und was eben zum Oberkörper dazugehört, das wird bei mir eingeschäumt. Aber von Hüfte ab nicht, weil ich ziehe mir dann sowieso Hosen an und dann rieche ich es nicht. Aber auf der, auf den Armen riecht man diesen Duft einfach. Und er hält wirklich sehr lange an. Und man müsste sich hinterher auch gar nicht eincremen, weil ich das Gefühl habe, dass sie sehr pflegend sind. Und, äh, ich mache es natürlich trotzdem, weil ich bin kein Einkau, Einkaufs, ein cremefauler Mensch. Ich liebe es, mich einzucremen, aber man müsste es wirklich nicht, weil die Haut sich sehr weich anfühlt und sehr mit Feuchtigkeit genährt. Und, also, ich kann diesen Hype um diese Rituals-Produkte, kann ich wirklich verstehen. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, wäre ich in Deutschland, ja, also ich glaube, ich wäre auch ein ganz, ganz großer Rituals-Abnehmer. Ja, also, die Teile sind natürlich nicht günstig. Ich meine, dass sowas, äh, was kostet denn das? 8 Euro, 12 Euro? Aber ich muss sagen, mir wäre es wert. Ja, und auch mein Mann findet diese Dinger ganz toll, denn Jana hat meinem Mann auch eine, äh, eine Pulle mitgebracht. Die für Männer. Und Leute, das riecht, das riecht so gut. Und leider habe ich hier solche Duschschäume noch gar nicht entdeckt. Also, ich weiß nicht, ob da die Amerikaner ein bisschen hinterher hinken, ja, oder ob das nur an der Insel Hawaii liegt. Ich weiß es nicht. Aber ich werde da auf alle Fälle mal online schauen, ob ich da irgendwie an solche Duschschäume dran komme. Finde ich fantastisch. So, dann ein weiteres Duschprodukt von mir, äh, habe ich jetzt vor ein paar Wochen gesehen oder für mich entdeckt. Ich bin durch den Laden durch, habe mal wieder überall mein Rüssel dran gehangen. Und wenn ich eins eigentlich nicht brauche, dann ist es Duschgel, Schätzleins, ja. Also, ich habe Duschgel all mass hier. Aber ich habe dran gerochen und ich habe schon gesehen, fresh and glow, ja. Also, frisch und strahlend und, äh, Kokosnuss und dann war bei mir vorbei. Und zwar handelt es sich von Soft Soap, um das, äh, um die Hydrating Shower Cream mit Milchproteinen, Mandeln und Kokosnuss. Toh! Ja, da sind bei mir alle Synapsen durchgeknallt, wie ich dann diese Pudel hier gesehen habe. Vor allem sieht die ja auch noch so schön aus. Und der Duft von diesem, von diesem Teil ist auch der Wahnsinn. Also, es riecht wirklich nach Kokosnuss, aber frischer Kokosnuss. So einen leichten Untergeruch von Mandeln. Dadurch wird es ein bisschen pudrig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, ich verwende ja sowieso einen Duschpuffel unter der Dusche. Ist bei mir, äh, Pflicht. Also, auch hier bei diesen Ritual-Teilen, ne. Immer einen Duschpuffel, weil dann scheunt es noch mehr und noch cremiger. Und Mutti braucht ja immer mehr. Ja, und diese Teile, die schäumen so dermaßen, also, dass ich mit dem Schaum nicht noch erstickt bin unter der Dusche, war echt der Wahnsinn. Weil ich bin da ja auch nicht, äh, nicht sparsam, ne. Ich hab dann da meinen Duschpuffel und dann drauf, ne. Und das war dann ein bisschen viel. Also, man kann hier wirklich sehr sparsam sein. Und es schäumt trotzdem sehr, sehr kräftig. Wie gesagt, der Duft ist wirklich toll. Es ist jetzt kein Duft, der lange auf der Haut hält. Aber wie gesagt, es macht nix. Da wird dann hinterher meine Kokoscreme draufgeknallt. Und, äh, dann rieche ich trotzdem weiterhin wie ein Bounty. Aber es ist auf jeden Fall ein Duscherlebnis. Und finde ich ein tolles Duschgehe. Soft Soap generell. Äh, diese amerikanische Marke, muss ich sagen, finde ich, finde ich gut. So, dann haben wir jetzt noch ein Pflegeprodukt. Und dann kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Wobei ich euch ja auch schon die, äh, Nagellacke und die Foundation gezeigt hab, ne. Also, es ist mal wieder ein sehr unorganisiertes Video. Ich denke, ihr kommt damit klar. Äh, und zwar ein Haarprodukt. Ein Haarpflegeprodukt. Es handelt sich von Cream of Nature um dieses Argan Oil. Was ich, äh, wirklich der Hammer finde. Es ist ein Oil Treatment, also ein Haaröl. Und was mich hier gecatcht hat, gecatcht, äh, gefangen hat, also, was mich dazu gebracht hat, es zu kaufen war. Ja, das hier eben drauf steht, helps, helps repair dry, damaged hair, strengthens and prevents, break it, ja. Also, es soll kaputtes Haar, soll es reparieren. Da bin ich ja immer so ein bisschen, wenn was kaputt ist, ist es kaputt, ne. Aber es soll eben auch vorbeugen. Und dann steht hier drauf, dass man das Ganze auch warm anwenden kann. Und das habe ich getan. Ich habe es die ersten zwei, drei Male. Ich hab es mir immer hier so auf meine Hand, äh, Innenfläche gegeben. Hab es in den Händen verreibt. Verreibt? Ne, verrieben. Gott! Verrieben. Und, ja, nach dem Haare waschen dann einfach schön in die, in die feuchten Haare rein. Ähm, hab das Ganze dann trocknen lassen. Ihr habt einen wunderschönen Glanz in den Haaren. Dieser Duft von diesem Argan Oil, also ich bin ein absoluter Argan Oil Fan, muss ich sagen. Das ist so ein dezenter, warmer, süßlicher Duft. Riecht so ein bisschen wie nach Keksen. Also ganz, 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 ganz toll. Und habe es, wie gesagt, die ersten zwei, drei Male einfach mir in die Hände, hab es dann in die Haare und habe schon einen, ich hab einen Effekt gemerkt. Und dann habe ich irgendwann gelesen, dass man das Ganze auch warm anwenden kann. Habe das mir, hab mir das Produkt dann in eine kleine Schüssel, hab das in die Mikrowelle rein, hab das 20 Sekunden erwärmt und habe mir das Ganze in die Haare, habe mir hier hinten einen Dütteldi gemacht. Äh, nicht Düttel, wie nennt ihr das denn? Ähm, einen Dutt. Ja, also die Haare dann auch richtig kräftig zusammengebunden, dass, dass, dass die Haare das Produkt dann auch einziehen können. Einziehen können? Ich glaube, das stimmt so. Und habe das über die Nacht einwirken lassen. So. Wie ich am nächsten Morgen aufgestanden bin und mir diesen Dütteldi rausgemacht hab, äh, äh, ich hatte keinen Specklampf in den Haaren. Man hat richtig gesehen, dass die Haare das Produkt aufgesaugt haben, dass meine Haare diese, dieses Öl gebraucht haben. Ich habe dann meine Haare gewaschen, mit einem Shampoo, ohne Conditioner, keine Maske drauf, nichts. Oder, oder Kur oder sonst etwas. Und meine Haare, die waren so weich, die haben so geglänzt. Die, also, es ist sehr, sehr lange her, dass ich so zufrieden war mit meinen Haaren. Und deswegen auch hier eine ganz große Kaufempfehlung für alle die, die sehr, sehr trockenes Haar haben. Ich hoffe, dass ihr, äh, damit, dass ihr es vielleicht online findet, dass ihr da irgendwie dran kommt. Ich werde, wenn ich mal wieder eine Verlosung mache, werde ich dieses Produkt auch definitiv dazu kaufen. Weil, also, das muss man mal probiert haben. Der Duft ist fantastisch, die Pflege ist fantastisch, wie sich die Haare hinterher anfühlen, ist der Wahnsinn. Ich mache die mir auch sehr gerne in meine Fake-Haare rein, ja, also für meine, für meine neuen Schätzeleins. Es sind ja in den letzten Tagen wieder ein paar dazugekommen. Äh, hallo, ich freue mich. Ähm, das ist nicht echt, ja. Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, wenn man hier dieses Arganöl verwendet, dann steht man morgens mit so Haaren auf. Nee, 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 also das sind Perücken. Und mein Naturhaar ist sehr kurz. Ich habe sehr feines Haar. Ich habe aber auch trockenes Haar. Und da hat mir das auf jeden Fall wirklich sehr geholfen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass mein Mann mal wieder, äh, gesagt hat, hier, das hatte er schon mal. Das hat es nämlich schon mal gegeben in einer, oder mit einer anderen Formulierung. Und da hat das Schatzi auch sehr gerne verwendet. Ja, und jetzt ist da aber anscheinend irgendwas an der Formulierung geändert worden. Deswegen steht hier oben auch neu. Und, äh, ich werde es mir nachkaufen. Und ich gucke jetzt hier mal. Ja, also es ist bis hierher, es ist leer. Ne, das sind jetzt bei mir vielleicht noch so sechs, sieben Anwendungen. Und dann muss das nachgekauft werden. Och, das riecht so, so toll. So, genau. Dann haben wir Pflege. Dann machen wir jetzt schnell weiter mit dekorativer Kosmetik. Ich sehe, wir sind 45 Minuten dabei. Äh, Lippenstifte. Ja, also, ich habe für mich einen Lippenstift entdeckt. Da wird sich jetzt die ein oder andere fragen, was? Was ist mit der Mutti passiert? Das ist ja Farbe. Ja, das ist Farbe. Und zwar handelt es sich von, wie heißen die denn? Äh, Maybelline Color Whispers. Das sind diese schönen Teile. Also, allein schon mal die Verpackung, ja, finde ich wunderschön. Und wir haben hier die Farbe 35 Coral Ambition. Ich denke, das ist zu klein geschrieben, dass ihr das lesen könnt. Äh, ich schreibe es euch dann hier irgendwo hin. Und der Name dieser Farbe ist Programm. Es ist ein wunderschöner Korallton, der absolut fetzt auf der Haut. Gerade bei gebräunter Haut. Schaut euch mal diese Farbe an. Äh, ich glaube, bei euch kommt das Ganze ein bisschen rosé-farbiger rüber, rosé-farbiger rüber, wie es eigentlich ist. Es ist ein wunderschöner Korallton, der wirklich bam in your face. Und ich liebe den, ja. Ja, ich habe mir den, oh Gott, ich glaube, letztes Jahr habe ich mir den irgendwann mal gekauft. Habe den nie verwendet. Und habe ihn jetzt vor ein paar Wochen für mich entdeckt. Und da könnt ihr auch schon erkennen, also ich habe ihn gut verwendet. Ne, man kann wirklich schon ab, ähm, Abnutzspuren, kann man sehen. Ganz, ganz tolles Tragegefühl. Tolle Farbabgabe. Äh, sehr cremig auf den Lippen. Ich muss aber sagen, sie halten nicht lange. Für die Raucherinnen, wenn man was getrunken hat, wenn man was gegessen hat. Also danach muss man den Lippenstift nachziehen. Ich kann mal gucken. So. Vielleicht könnt ihr die Farbe jetzt ein bisschen besser erkennen. Also es ist wirklich ein bam in your face. Und finde ich eine ganz, ganz tolle Farbe. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne momentan. Äh, dann natürlich, ja. Also ich bin weiterhin Nude-Lipper. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, bei mir gibt es keine Nude-Farben mehr. Selbstverständlich, schätze ich. Äh, auch hier nochmal von Maybelline. Aus dieser Color Sensational-Reihe. Die Farbe Schoko-Cream 715. Das ist auch ein sehr häufig getragener Lippenstift von mir. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Kommt auch gleich wieder in meine Handtasche rein. Könnt ihr wahrscheinlich auch gut sehen. Also auch der ist von mir in den letzten Wochen sehr häufig verwendet worden. Ähm, es ist ein schöner Nude-Ton, der ein bisschen ins Braune geht. Hier. Äh, sehr cremig, sehr glossig. Auch kein langer, langanhaltender Lippenstift. Aber ich finde die Farbe einfach sehr schön. Ich mag den Geruch von den Maybelline-Lippenstiften. Und ja, das ist einfach so ein schöner Alltags-Lippenstift für mich. Ja, weil ich bin eigentlich im alltäglichen Leben bin ich eine Nude-Lippe. Hauptsache draufgeknallt. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass der Lippenstift irgendwie oben an der Stirn hängt. Und, ähm, ja. Also 715 Schoko-Cream. Ganz, ganz tolle Farbe. So, und dann das letzte Produkt von mir, was die Lippen angeht. Es handelt sich um eine Revlon Lip Butter. Äh, in der Farbe 065 Cream Sizzle. Auch das ist für mich ein sehr, sehr schöner Frühlings-Sommerton. Auch hier wieder, wenn man gebräunt ist, da es ein Apricot-Lippenstift ist. Ja, also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Man sieht von der Farbe auch gar nicht so viel. Es ist ein sehr, sehr nudiger, äh, Lippenstift mit einem Apricot-Peach-Einschlag. Den könnt ihr hier erkennen, ja. Der zaubert euch einfach einen schönen Gloss auf die Lippen. Sie pflegen wirklich sehr gut. Und, ja, also, das sind jetzt mal so diese drei Lippenstifte, die ich in den Wochen, in den letzten Wochen sehr, sehr häufig verwendet habe. Ich finde sie alle drei super, super schön. Und, ja, ist halt alles so ein bisschen Frühlings-Sommerhaft bei mir momentan. Ne, aber bei uns ist ja auch der Sommer wieder da. Von daher, und bei euch kommt er ja bald. Hoffe ich doch. Also, ich sehe auf Instagram, mh, momentan viele Schneebilder. Also, ich weiß nicht, was bei euch da in Deutschland los ist. Ähm, ich habe die Sonne jetzt mal zu euch rübergeschickt, ne. Weiß nicht, wie lange sie dauert, bis sie bei euch ankommt. Aber ich habe da ein bisschen vorgesorgt und, ne, wisst ihr Bescheid. So, dann kommen wir zu meinem Glow auf meinen Wangen. Wie gesagt, ich liebe es momentan, ja. Umso glowiger, umso besser. Und das beste Produkt dafür ist einfach von Essence Sun Club. Dieser All-Over-Shimmer for Eyes, Face and Body. Den hatte ich ja damals von der lieben Belle Allure, von meiner Debbie-Maus, geschenkt bekommen. Und wie ich das Produkt damals aufgemacht habe, war ich im Himmel. Denn es riecht nach Kokosnuss. Ja, also, das Ding hätte jetzt auch gar keine Farbe abgeben können. Es riecht nach Kokosnuss. Ich hätte es trotzdem toll gefunden. Aber, jetzt ist das auch noch der Burner schlechthin, was die Farbabgabe angeht, ne. Ich gehe jetzt hier mal rein. Hier könnt ihr es erkennen. Und dann mache ich euch mal einen Swatch hierher. Bam! Ne, also mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Das ist Sonne und Bräune und Sonnengeküsst pur. Ich liebe dieses Produkt momentan. Ich finde es so, so, so schön. Weil es gebräunte Haut einfach nochmal, ja, ein bisschen schöner aussehen lässt. Und blasse Haut einfach gebräunt aussehen lässt. Und der Duft ist einfach, ne. Also, Kokosnuss, muss ich nichts mehr zu sagen. Lieb ich. Finde ich wirklich super toll. Man muss mit dem Auftrag sehr, sehr vorsichtig sein. Also, wenn ihr da einen Pinsel habt. Ich verwende da momentan sehr gerne diesen Multitask-Brush von Real Techniques. Da tippe ich einmal rein. Und das ist dann wirklich eine Wange und verblende das dann. Weil wenn ihr da mit eine, also mit Schwung reingeht, das könnt ihr vergessen. Da könnt ihr euch die nächsten drei Wochen Blush und Highlighter auftragen. Ihr müsst nie mehr in einen anderen Blush rein. Seid da echt vorsichtig, was dieses Ding angeht. Und man muss auch dazu sagen, durch das, dass es ja diese Bricks sind, ja. Das sind ja verschiedene Farbstängelchen. Man kann die auch wirklich super als Lidschatten verwenden. Also, habe ich jetzt auch schon gemacht. Und es sieht wunder, wunder, wunderschön aus auf dem Auge. Finde ich echt toll. Ich weiß nicht, ob es dieses Produkt so noch bei dm gibt oder bei Essence gibt. Aber wenn nicht, haben sie es mit Sicherheit mit etwas Neuem, mit etwas Neuem ausgetauscht. So heißt es, glaube ich. Deutsch-Kenntnisse heute mal wieder null. Ja, und absolute Wortkotze vorhanden. Aber so kennt ihr mich. Große Liebe. So, dann ein weiteres Produkt. Das kennt ihr von mir. Da konnte ich jetzt auch nicht drauf verzichten, euch das nochmal zu zeigen. Aber ich habe es sehr, sehr oft verwendet. Ich liebe es immer noch. Ich möchte nicht mehr drauf verzichten. Von Melani. Mein Backblush in der Farbe 05 Luminoso. Auch hier ein wunderschöner Frühlings-Sommerton. Ja, ganz, ganz tolles Aprikot Peach. Wunderschöne Farbe. Butterweich, wenn man hier reingeht. Ganz, ganz tolle Farbabgabe. Der euch einen wunderschönen Glow auf die Wangen zaubert. Einen Aprikot Glow. Ich finde, solche Farben passen einfach sehr, sehr gut in den Frühling und in den Sommer. Also ich glaube, im Herbst und im Winter, wenn man sowieso schon so Kalkleisten-mäßig aussieht, wäre das jetzt nicht meins. Das ist ja zum guten Glück jedem Designer. Also Beauty, it's to your own. Jeder hat da seinen eigenen Geschmack. Aber ich liebe diesen Blush von Melani. 05 Luminoso. Ganz, ganz tolles Produkt. Und gut, brauche ich mir jetzt natürlich nie Sorgen machen, dass der bei mir irgendwann mal leer geht. Aber sollte bei mir hier nachts mal einer reinkommen, ja, und sollte mir dieses Stückchen hier klauen, wird der sofort nachgekauft. Also, ganz toll. So, und dann machen wir weiter mit Lidschatten. Ja, also Lidschatten habe ich momentan drei sehr gerne Mono-Lidschatten verwendet. Und zwar von Essence aus dieser Cookies- und Cream-Reihe war das die Farbe 02 Macaron Saban. Und das ist ein wunderschöner Rosé-Ton. Diese Lidschatten, die sind butterweich. Also, die zerschmilzen euch fast auf der Haut. So schön. Hier könnt ihr den erkennen. Da. Ein ganz, ganz toller Schimmer. Ein wunderschöner Rosé-Ton. Auch hier wieder bei gebräunter Haut verwende ich solche Farben sehr, sehr gerne, weil ich dann einfach finde, dass die Farben noch ein bisschen besser rauskommen. Habe ich jetzt die letzten Tage gerne ohne etwas, ja, also einfach nur auf dem kompletten Lid aufgetragen und ein bisschen, bisschen verblendet. Mehr brauche ich nicht. Also, das hat so, so schön ausgesehen. Und dann die nächste Farbe von Essence. Das war die 64 Greyhound. Auch diese Farbe habe ich sehr häufig verwendet in den letzten Wochen. Könnt ihr erkennen, ja, bin ich schon öfters drin gewesen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Taupe-Ton. So, tolle Farbabgabe. Hier finde ich sehr, sehr, sehr schön. Habe ich gerne auf dem kompletten Lid den Color Tattoo von Maybelline aufgetragen in der Farbe Taupe. Und bin dann einfach mit dieser Farbe drüber, habe das dann ein bisschen ausgeblendet und dann hatte man ein ganz, ganz tolles Augen-Make-up. Unten noch am unteren Wimpernkranz mit einem abgeschrägten Pinsel habe ich mir dann noch ein bisschen Lidschatten aufgetragen. Man konnte dann mit Schwarz, konnte man sich ein Smoky Eye ganz schnell schminken. Finde ich eine super, super schöne Farbe. Habe ich jetzt vor ein paar Wochen wieder für mich entdeckt. Bin da sehr, sehr froh drüber. Und heute habe ich wieder auf den Augen von Catrice diese Liquid Metal Eyeshadow in der Farbe 020 Golden Roses. Auch das ist ein allzeit geliebtes Schätzchen von mir. Ich finde diese Farbe so schön. Es ist ein ganz, ganz tolles Rose Gold. Ich liebe momentan Rose Gold. Also dieser Rose Gold Hype hat ja vor drei, zwei, drei Jahren angefangen. Ich bin mal wieder Hinterläufer, ja. Aber jetzt habe ich es für mich entdeckt. Und jetzt will ich auch nicht mehr darauf verzichten. Schaut euch mal diese Farbabgabe an. Ja, also wirklich super, super schön. Habe ich, wie gesagt, heute auf dem Auge einfach nur ein bisschen ausgeblendet mit meinem Wet n' Wild Creme Brûlée. Gar nichts Dunkles irgendwie. Und finde, dass es die Augen echt zum Strahlen bringt. Finde ich so, so, so toll. Ich denke auch, dass es diese Liquid Metal Teile noch im Sortiment gibt. Also schaut euch die auf alle Fälle mal an. Und noch granatenmäßiger, wenn ihr die Teile nass auftragt. Also ich habe es heute nass aufgetragen. Einfach hier dann, ne, Aqua Spray nochmal zum Einsatz bringen auf den Pinsel und dann in den Lidschatten. Und dann kommen die Farben noch kräftiger raus und noch farbintensiver. Und ja, also das sind jetzt diese drei Monolidschatten, die ich in den letzten Wochen sehr, sehr gerne verwendet habe. Und dann noch eine Palette von mir, die ich auch wahnsinnig toll finde. Und zwar ist das diese Nude Palette von ELF. Ja, ich finde diese Palette mega. Die Farbabgabe ist toll. Sie ist natürlich sehr, sehr billig gemacht. Ja, also es ist jetzt nichts für uns Beauty-Junkies, wo wir sagen, oh ja, das brauchen wir und das müssen wir uns auf den Schminktisch stellen. Und ohne das Teil können wir nicht mehr leben. Aber für alle die, die eine Nude Palette suchen, zu günstigem Preis, denn ich habe für diese Palette bei ELF Cosmetics 6 Dollar bezahlt. Kommt mit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 Farben. Ja, also Mathe kann dem Mutti auch ein bisschen. 32 Farben. Hier unten habe ich schon ein Hit the Pan. Ihr könnt es erkennen, ich habe mit dieser Palette sehr oft gearbeitet. Ich gehe jetzt einfach mal in ein paar Farben rein und zeige euch die Farbabgabe. Also ich bin da echt begeistert von. So, guckt euch das mal an. Ja, also sie krümeln ein bisschen, aber BAM! Hallo? Hallo? 6 Dollar, Schätzeleins. Was ist das denn? Also, ich bin da jedes Mal wieder von begeistert. Ich schminke mich so, so, so gerne mit dieser Palette. Ich habe ja auch von, hier, Urban Decay, die Naked 2, habe ich hier. Die verwende ich so gut wie nie. Ich bin da jetzt nicht so der, wie soll ich, sie ist schön, ja. Aber sie hat, glaube ich, 40, 50 Dollar gekostet und die macht bei mir nichts anderes hier wie diese Palette, ja. Also die von Urban Decay, die zaubert meine braunen Augen jetzt nicht in blauen Augen, genauso wenig wie die. Und hier habe ich eine genauso tolle Farbabgabe wie eben bei Urban Decay. Okay, ist natürlich jedem das Seine. Wenn man sich jetzt so eine Naked 2 anguckt, klar, ja, die stellt natürlich was anderes dar. Die sieht viel hübscher aus, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass wir ja hübsch aussehen, wenn wir fertig sind mit unserer Restaurierung, ja. Und da macht es so eine Elf-Kosmetik-Palette genauso wie eine Naked 2. Also, oh Gott. Wenn ihr an diese Palette rankommt, gebt ihr auf alle Fälle mal eine Chance. Das ist wirklich super, super, super toll. So, und dann kommen wir jetzt noch zu zwei Düften von mir. Hier könnt ihr sehen, das ist schon so gut wie leer. Ja, also da ist wirklich nicht mehr viel drin. Kommt auch gleich wieder in meine Handtasche. Es handelt sich von Bath & Body Works um Japanese Cherry Blossom, mein Body Spray. Body Spray, danke schön. Können wir gleich mal ein bisschen sprühen hier. Oh. Also, es ist so ein blumiger, frischer, pudriger, nicht aufdringlicher, sommerlicher, sexy Duft. Also, ich liebe diesen Duft und ich werde mir auch definitiv das Körper Spray nochmal nachkaufen, ganz klar. Aber ich bin auch am überlegen, ob ich mir das Parfum dazu kaufe. Es gibt dazu auch ein Parfum in einem wunderschönen Flakon. Sieht ganz toll aus. Und ich liebe diesen Duft einfach so sehr, dass ich auf diesen Duft nicht mehr verzichten kann. Ich denke auch, dass der jetzt bei mir in den nächsten, ja, sieben Tagen leer gehen wird. Dann muss ich also zu Bath & Body Works. Oh, was, äh, was für eine Trauer. Ja, ich muss zu Bath & Body Works. Das ist für mich Volta. Ja, wisst ihr Bescheid. Ne, also wirklich ganz, ganz toller Duft. Japanese Cherry Blossom, das ist für mich einer der besten Düfte bei Bath & Body Works. Äh, da geht einfach nichts drüber. Ja, es gibt Düfte, die sind dann an Stelle zwei, an Stelle drei. Und, aber hier, Japanese Cherry Blossom, ein Gedicht. So, meine Lieben, und jetzt kommen wir, äh, zu meinem letzten Produkt. Und, ja, also diesem Duft müsste ich ja eigentlich fast ein eigenes Video widmen. Ähm, ich habe ihn von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel. Ich habe fast Schnappatmung bekommen. Seit Jahren laufe ich an diesem Duft vorbei, sprühe ihn mir auf. Ja, ich liebe diesen Duft an mir. Es gibt sehr, sehr viele gehypte Düfte. Habe ich natürlich immer mal den Rüssel dran gehalten, habe ihn aufgesprüht. Leider hat er bei mir dann nicht gut gerochen. Aber dieser Duft, er ist wie für mich gemacht. Ich liebe ihn und bin so, so froh, dass ich ihn jetzt habe. Es handelt sich von Lacan, La Vierbelle und Leute, haltet die Schlüpper fest. Ja, also das ist so ein eleganter Duft, ein schwerer Duft, ein süßer Duft, ein damenhafter Duft. Oh, 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 kleinen Moment. Ich, äh, ich brauche hier, oh, also ich bin so verliebt in dieses Parfum. Äh, das Einzige, was ich euch dazu sagen kann, ist, ja, Vorspiel braucht ihr nicht mehr. Sprüht euch einen Sprüher auf und eure Männer werden euch überfallen. Äh, also das ist der Wahnsinn, dieser Duft, ja. Eure BHs öffnen sich automatisch. Das ist, oh, also, nee. Ich weiß nicht, was ich zu diesem Duft sagen soll, außer Liebe. Ich bin verliebt. Ich habe auch die Instruktion von meinem Mann bekommen, diesen Duft nur zu tragen, wenn ich mit ihm weggehe. Ja, weil es wirklich ein sehr, sehr sexy Duft ist, ein sehr verführerischer Duft. Er kommt bei mir sehr stark rüber. Ich brauche davon auch nur einen Pumpspray und er hält den kompletten Tag. Ich habe ihn, ähm, heute haben wir Freitag. Am Dienstagabend habe ich ihn getragen, habe ihn auf meine Jeansjacke aufgesprüht. Wie ich vorhin an meinen Schrank rangegangen bin und die Tür aufgemacht habe, kam mir dieser Duft entgegen. Also, man braucht davon wirklich nicht viel. Ich muss auch wirklich sagen, für mich, das ist meine Meinung, ja, dieser Duft ist kein junger Mädchenduft. Also, ich kann mir dieses Parfum nicht an einer 13-, 14-Jährigen vorstellen. Es ist wirklich ein sehr aussagekräftiger Duft, ja. Also, oh, kleinen Moment. Oh, ja, am liebsten würde ich ihn jetzt sprühen, aber ich habe ja hier gerade Japanese Jerry Blossom und ein Sprüher kostet wahrscheinlich auch 8 Dollar. Ich weiß es nicht. Es ist ein sehr, sehr teures Parfum und ich werde damit auch wirklich sparsam sein. Aber ich kann euch sagen, ich freue mich wie ein Schlitzel über dieses Parfum. Und jedes Mal, wenn Schatzi und ich weggehen, also da denke ich schon gar nicht drüber nach, ja. Ihr kennt ja meine Parfumsammlung. Ich habe ja einiges hier. Nix. Also, da wird dieses Parfum rausgeholt und ein Sprüher und... Ja. So. Also, mehr muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich denke, ihr könnt meine Begeisterung sehen, was dieses Parfum angeht. Ich finde es weltklasse. Ich freue mich da wirklich mega drüber. Und, ähm, ja. So. Jetzt gucke ich mal. Ja, jetzt habe ich alles von links nach rechts geräumt. Ich sehe links auch nichts mehr. Das bedeutet, dass ich, glaube ich, alles gezeigt habe, was ich zeigen wollte. Äh, wir sind über eine Stunde dabei, ja. Also, über ein kurzes Video und über zu wenige Quassel kann sich heute keiner beschweren von euch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dass ich euch mit dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen anfixen konnte. Ähm, lasst mir doch mal drei Favoriten. Also, so richtige Favoriten von euch in den Kommentaren da. Ja. Das würde mich freuen. Vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was ich mir hier, äh, in Hawaii anschauen kann. Wenn es jetzt natürlich was von P2 und, äh, Essence und Catrice ist, dann natürlich nicht. Aber gucken wir einfach mal, was da so zusammenkommt. Ähm, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wann es das nächste Favoritenvideo von mir geben wird. Also, ich bin da niemand, der da regelmäßig Favoritenvideos macht. Immer dann, wenn ich, äh, ja, eine große Kiste sozusagen zusammen habe und ich wirklich neue Produkte für mich getestet habe und neue Schätzchen gefunden habe, dann wird es ein Favoritenvideo von mir geben. Aber dieses Monatliche, das gibt es bei mir nicht. Macht aber nichts. Es gibt ja genug Mädels auf YouTube, die laden das monatlich hoch und da könnt ihr ja dann schauen. Ne? Genau. Ansonsten. Ne, war es das. Mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich denke, das reicht jetzt auch. Ich werde jetzt hier erstmal wieder mein Chaos, äh, wegräumen und umräumen. Und wünsche euch dann somit noch, ja, also das gibt euer Sonntagsvideo. Das passt ja. Ja, das passt ja wie Faust aufs Auge. Wünsche euch dann somit nochmal wunderschöne, frohe Ostern. Wie gesagt, lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Und, ähm, ich wollte noch was sagen. Oh, kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn ihr was im Kopf habt? Ihr wolltet gerade noch was sagen. Naja, dann war es nicht wichtig. Äh, ansonsten hänge ich es hinten dran. Ähm, ja. Ich wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund. Passt auf euch auf. Macht's gut. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.